Äh, ne, da brauchen wir die gelbe. Oh, achso, Moment, die blaue brauchen wir, glaube ich, hier draußen. Und zwar hier, genau. Blaue Zugangskarte. Und das hier sieht wieder... Achso, das ist der Fahrstuhl. Gut, fahren wir nach oben. Wo geht es raus? Hier? Hier. Äh... rotes Wagenlicht. Ist nicht sehr vertrauenserweckend. Und die Dinger auch nicht. Da ist eine Tür. Da hinten ist auch eine Tür. Sind hier vielleicht irgendwelche Geheimgänge? Ich glaube nicht. So, war ja klar, dass da wieder jemand hinter der Tür wartet. Munition, noch eine Tür. Alter. Immer hinter den Türen hocken sie. Irgendein Schalter, der... Moment, ach, das ist Munition. Ich wollte gerade sagen, das ist irgendein Schütz hier, aber... Die Munition sah nur... ...so aus. Die kann ich nicht öffnen. Kann ich sie jetzt öffnen? Nö. Oh. Achso. Jetzt kann ich sie öffnen. Und jetzt kann ich nach da drüben... ...rüberfahren. Ah. Okay, da wartet schon jemand auf uns. Gut. Achso, hiermit kann ich das Teil dann... ...ja, damit kann ich das Teil rüberrufen. Kann ich das direkt zurückholen? Nein, kann ich nicht. Denn ich glaube, ich hätte es gerne, wenn das hier direkt auf uns wartet. Munition. Für den Devastator. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Munition ich überhaupt für die Waffen hier mitnehmen kann. Hatte ich nicht... Achso, hier ist die Freeze-Waffe. Kann ich die auch dagegen... Verdammt. Einsetzen. Ähm. Kommt, Chaingun. Toll. Na gut. Wieder rotes Warnlicht. Hier ist Verarztung. Da sind... Ist noch einer hinter? Ja, da ist noch einer hinter. Okay. So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Da haben wir die gelbe Zugangskarte. Hier ist Munition für den... ...Schrinker. Äh. Ah, wieder ein Rätseln. Na toll. Wow. Scheiß Camper. Waren wir hier... Ne. Wir sind da. Von da sind wir gekommen. Das heißt, hier waren wir vermutlich noch nicht. Äh. Oh. Ah, jetzt sind wir... Oder? Ja, doch. Das ist das, was wir von da schon gesehen haben. Okay. Gut. Dann hatten wir das auch. Da hinten geht es noch weiter. Aber ich versuche erstmal hier dieses Rätsel zu lösen. Vielleicht so und... So. 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 Okay. Mit rein ist es nicht so schwierig. Da ist noch... Äh. Ey. Wie mache ich das jetzt wieder auf? Kann ich es nochmal so und so? Da ist noch ein Schalter. Keine Ahnung, was der jetzt macht. Hm. Okay. Ich habe ihn einfach mal aktiviert. Gucken wir mal hier. Na toll. Uah. Fuck. Aus irgendeinem Geheim... Geheimfach kommen hier noch wieder ein paar... Äh. Was war das? Wieso ist der explodiert? Naja. Ist mir egal. Hauptsache, er ist tot und irgendwo beschießt uns hier noch jemand. Äh. Was sollte ich jetzt... Achso, hier lag noch... Was habe ich denn hier eingesammelt? War das einfach ein Raketenwerfer? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Naja. Da bist du. So. Gib mir deine Munition. Er hat keine... Ist noch irgendwo einer? Hier? Ah. So. Munition her. Hat auch keine. Was ist denn das? Äh. Der... Achso. Da unten waren wir schon. Ja, genau. Oh. Munition. Und die Pistolen-Munition kann ich nicht mehr einsammeln. Ich sollte mal ein bisschen... Die Pistole vielleicht benutzen, aber nicht gegen den da. Gut. Oh. Munition. Also Munitionsprobleme habe ich wirklich nicht. Also... Auf diesem Schwierigkeitsgrad scheint das... Äh. Scheint man da relativ ausreichend von zu haben. Gut. Jetzt haben wir die Gelbe zu ganz Karte. Und können damit... Achso. Da hätten wir es auch noch mit. Höh? Drohnen. Drohnen. Ich sehe sie hinter mir so bestimmt auch noch. Ne. Doch nicht. Äh. Von... Was ist das? Hm. Komischer... Uah. Komischer roter fliegender Punkt. Von da sind wir gekommen. Dann gehen wir doch hier nochmal lang. Security Cam. Gut. Genießen wir wieder den Blick auf die Erde. Und was... Was bewegt sich da? Keine Ahnung. Okay. Hier ist sonst nichts außer die Kameras. Außenkameras. Hm. Was sagt uns das? Keine Ahnung. Da waren wir schon. Da sind Tote. Das ist auch irgendwo draußen. Das sagt mir aber jetzt wieder gar nichts. Genauso wie das. Und genauso wie das. Okay. Gut. Gehen wir wieder... Ach verdammt. Eigentlich die Tür zumachen. Fahrstuhl her. So. Gut. Dann... Irgendwo wartet hier bestimmt wieder ein Gegner auf mich. Äh. Von... Jetzt hab ich mich grad wieder verlaufen. Achso. Moment. Das war der Fahrstuhl. Und die gelbe Zugangskarte. Huah. Scheiße. Stirb. 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 Oh oh. Oh kacke. Das ist wieder... So ein Viech wie der Endboss eben. Aber der ging schneller down. Ich hätte gerne seine Waffe. Die kann ich aber leider nicht mitnehmen. Verdammt. Hu. Okay. Also es warten scheinbar einige Überraschungen noch auf uns. Vermutlich auch hier drin. Ja. Natürlich. Äh. Ja. Danke, dass die Tür wieder direkt vor mir zu geht. Ah. So. Benutze ich nochmal eben den Verbandskasten. Munition für den Shrinker. Night Vision. Können wir aber wieder nicht mitnehmen. Und ich sehe es schon kommen. Hier hinterher wird wieder etwas auf uns warten. Ähm. Ja, keine Ahnung. Da halte ich mal die Chain dann. Okay, hier wartet doch nichts auf uns. Aber wir sind hier sicher nicht alleine. Ah. Dankeschön. Das hier sieht aus wie eine Tür. Gucken wir da erstmal rein. Du musst da. Devastator. Okay. Da ist nichts. Hier ist wieder irgendwas kaputt. Und es ist wieder relativ dunkel. Was ist denn das hier? Ist das ein... Äh. Da hole ich mir nur Schaden. Da will ich nicht rein. Nur autorisiertes Personal. Hier ist es dunkel. Ziemlich dunkel. Pass auf. Mach ich mal eben so. Night Vision. Okay. Um die Gegner zu finden, ist die Night Vision auf jeden Fall nützlich. So, Night Vision wieder aus. Äh. Äh. Kann ich das kaputt machen? Nö, kann ich nicht. Na gut. Ein Schalter. Freier Blick auf die Erde. Hier kommen wir wieder da an. Da ist nochmal Night... Nee. Munition für diese Freeze Gun. Okay. Hier ist noch nicht... Kommen wir da rein? Ja, komm wir da rein. Überraschung. Kann ich hier noch wieder was holen? Nö, schade. Gut. Da habe ich ihn... Äh. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn von hinten genommen. Aber ich glaube, das... Klingt ein wenig unvorteilhaft. Und irgendwo ballert wir schon wieder. Polo Duke können wir aber auch nicht mitnehmen. Weil wir schon einen... Wo ballert der denn? Ach da. Äh. Ja, den Polo Duke könnte ich eigentlich auch mal benutzen. Muss ich mal dran denken. Woha. Die waren eben aber auch nicht da. Puh. Naja. Kann ich hier was kaputt machen? Kaputt machen. Schalter. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt bewirkt hat. Äh. Das ist der Reaktor. Habe ich den jetzt... Moment. Äh. So. Jetzt ist... Achso. Ich habe das Kraftfeld... Kraftfeld ausgemacht. Keine Ahnung. Oh. Hier ist ja noch wieder... Rocket Launcher. Hier sind scheinbar eigentliche Alien-Angriffspläne. Auf die Westküste. Okay. Gut. So. Was war denn hier? Hier war doch noch irgendwie so ein Rätsel. Habe ich doch gerade richtig gesehen, oder? Kann ich hier was drücken? Nö. Kann ich hier was kaputt treten? Kann ich nicht. Okay. Äh. Ne. Hier war... Hä? Hier kann ich irgendwas drücken. Achso. Ich kann das ja auch. Oh. Ich kann das aufmachen. Jetzt bin ich hier oben. Und das bringt mir jetzt genau... Was? Ach, das ist wieder so eine unsichtbare Wand hier. Hm. Was habe ich denn mit diesem Schalter hier? Achso. Dann mache ich das auf und zu. Das kann ich nicht kaputt machen. Dann muss ich nochmal eben den Reaktor wieder... Bin ich hier... Ja, hier bin ich richtig. Den Reaktor wiederfinden. Da habe ich ja scheinbar jetzt irgendwas deaktiviert. Okay. Reaktor war doch direkt hier, wenn ich mich nicht täusche. Kann ich da jetzt rein ohne mehr? Nein, kann ich nicht. Hä? Pass auf. Ich speichere gerade mal eben. Und dann... Lauf ich gerade mal durch. Nein, das war nicht so schlau. Muss man da jetzt... Nein, 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 nein. Lass mich hier rein. Lass mich hier. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hier rein. Okay. Aha. Das ist ein Fahrstuhl. Fahrstuhl. So, nochmal zwei Herren in schwarz. Und das sieht aus wie der Duke-Knopf. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? So, nee. Hier habe ich alles mitgenommen. Okay. Warp-Factor fertig. Puh. 50 Feinde gekillt. Keine übrig gelassen. Secret ist gefunden. Null. Von zwei. Hm. Gut. Unsere Quote sinkt wieder. Rapide ab, fürchte ich. Und ich denke mal, ich nutze dieses jetzt mal eben für eine weitere Aufnahmepause. Und ja. Wir sehen uns dann in dem nächsten... Ja, im nächsten Level. Nicht in der nächsten Episode. Und ja, bis dahin. Macht's gut und danke fürs Zusehen. Und ja, bis dahin. UndY'? Bis zum nächsten Mal.